. 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 Das einzige Problem ist die Plane, die das Mähwerk schützen soll oder auch gegen Klingenverlust, dass die nicht herumfliegen. Die Plane muss ersetzt werden. Ja, jetzt weiss ich es wieder. Ich habe nachgeschaut. Es ist ein Stolmähwerk MD204. Heute schon das Qualitätsprodukt. Bis zum nächsten Mal.